Die ehemalige Samba-Tänzerin Livia Pieper soll eine Nebenbuhlerin in einer Cocktailbar hinterhältig niedergeschlagen haben. Das Opfer Saskia Busch erlitt dabei schwere Verletzungen. Wurde Livia Pieper aus Eifersucht gewalttätig? Was geschah wirklich in der Tatnacht? So, einmal aufstehen. Hier nehmen Sie Platz. Frau Pieper, wir verhandeln heute vor dem Einzelrichter Ihr Strafverfahren wegen des Vorgriffs der gefährlichen Körperverletzungen. Für die Staatsanwaltschaft ist erschienen Frau Staatsanwältin Bitscher-Kucklohäuser und als Ihr Verteidiger Herr Rechtsanwalt Gebauer. Wenn Sie bitte zunächst mal in der Mitte Platz nehmen wollen. Frau Pieper, Sie heißen Livia mit Vornamen. Ja, genau. Sie sind am 1. Mai 1976 in Rio de Janeiro geboren. Sie sind brasilianische Staatsangehörige. Ja, stimmt. Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland und bin seit zwei Jahren mit Marco verheiratet. Ja, verheiratet. Da geben Sie mir das Stichwort mit dem Herrn Pieper. Und Sie sind in Limburg-Wohnhaft zusammen, oder? Ja. Was machen Sie denn beruflich? Ich war Sammertanzerin, aber als ich Marco geheiratet habe, habe ich damit aufgehört und jetzt kümmere ich mich nur um meinen Mann. Und der verdient den Lebensunterhalt für die Familie? Was steht Ihnen denn monatlich zur Verfügung? Ja, ich nehme mir so viel wie ich brauche, 500 Euro im Monat. 500 Euro im Monat, ja. Sie sind nicht vorbestraft in der Bundesrepublik, keine Eintragung, es sind noch Fragen zur Person, keine mehr. Dann darf ich um die Anklageschrift bitten. Der Angeklagten Livia Pieper wird Folgendes zur Last gelegt. Der Ehemann der Angeklagten, der Zeuge Marco Pieper, ist Barkeeper in der Bar Cleopatra in Limburg. Das Opfer Saskia Busch war dort seit einiger Zeit Stammgast. Am Abend des 3. September 2003 mischte der Zeuge Marco Pieper für Frau Busch einen Saskia Spezialdrink, wofür sich diese bei ihm mit einem Kuss bedankte. Dies hatte die Angeklagte, die unbemerkt von den beiden die Bar betreten hatte, gesehen. Als der Zeuge Pieper kurz ins Hinterzimmer ging, griff die vor Eifersucht rasende Angeklagte nach einem Sektkübel und schlug diesen Saskia Busch mit voller Wucht von hinten auf den Kopf, Frau Pieper, sodass sich diese eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog, die im Krankenhaus genäht werden musste. Die Angeklagte wird somit der gefälligen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragrafen 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Das stimmt nicht, sagten Sie eben. Ich entnehme mit diesen Worten, dass Sie gerne was dazu sagen möchten. Ich muss Sie aber belehren, dass Sie das nicht müssen. Sie können auch schweigen, wenn Sie das wollen. Nee, ich möchte auch sagen. Gut. Dann legen Sie mal los. Ja, es war ein dummer Unfall. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie jemand einen Sektkübel durch einen dummen Unfall an den Kopf kriegt. Was ist denn da passiert in der Kleopratar-Bar am 3. September 23 Uhr abends? Ich bin gegen 23 Uhr in die Bar gegangen. Marco arbeitet dort als Barkeeper und wir wohnen direkt über der Bar. Ich wollte ihn überraschen. Die Bar war fast leer und ich habe gedacht, dass er im Hinterzimmer ist. Dann bin ich einfach zu ihm gegangen und das war's. Ja, nun hat ja die Polizei auf diesem Sektkübel hier ihre Fingerabdrücke festgestellt. Das ist ja ein optimaler Gegenstand für solche Dinge. Gutachten vom 5.9. wird auszugsweise verlesen. Fingerabdrücke, Daumen, Zeigefinger, kleine Finger rechter Hand, Spuren des Daumens, Mittelfinger und kleiner Finger der linken Hand. Natürlich sind da meine Fingerabdrücke. Ja, wieso? Ja, weil ich habe Lust auf Sektflasche und dann wollte ich nach der Arbeit mit Marco trinken. Dann habe ich mir den Sektkübel von der Decke geholt. Ich wurde ins Hinterzimmer zu Marco und natürlich sind da meine Fingerabdrücke. Ich habe den Sektkübel genommen. Ja, nun hat aber das Opfer, die Frau Saskia Busch, ausgesagt, dass sie sie mit diesem Sektkübel eben niedergeschlagen haben. Ach, stimmt nicht. Ja, ich wollte einfach, als ich hinter den Decke gehen wollte, da ist diese Frau plötzlich mir vor den Füßen aufgesprungen und hat sich den Kopf in den Sektkübel gestoßen und zack war sie weg, bewusstlos, ungefallen. Frau Pieper, wenn Sie ein Seemann wären, würde ich sagen, Sie spinnen hier Seemannsgarn, sind sie aber nicht. So kann ich nur sagen, das ist eine ziemlich freche Lüge, die Sie uns hier auftaschen. Lüge, ich lüge aber nicht, sage die Wahrheit. Sagen Sie uns doch mal, was haben Sie gemacht, nachdem diese Kollision, wie auch immer, zwischen Sektkübel und Kopf des Opfers stattgefunden hat? Ja, die Frau hat sich da gegen den Sektkübel, den Kopf gestoßen und ist einfach bewusstlos ungefallen. Ich habe mich natürlich um sie gekümmert. Ich konnte sie noch nicht auf dem Boden liegen lassen. Ich bin einfach zu ihr gegangen. Frau Pieper, die Saskia Busch, das Opfer, kannten Sie die? Nee, ich kannte sie nicht. Weitere Fragen noch an die Angeklagten? Keine mehr? Nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger wieder Platz. Wir beginnen die Beweisaufnahme mit der Zeugin Saskia Busch. Saskia Busch, bitte. Frau Busch, bitte. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz, Frau Busch. Danke. Sie sind als Zeugin zum heutigen Termin geladen. Als Zeugin muss man die Wahrheit sagen, Sie würden sich andernfalls strafbar machen. Egal, ob Sie vereidigt werden oder nicht. Ja, natürlich. Gut. Sie heißen Saskia mit Vorname, 27 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Limburg. Was machen Sie beruflich? Ich bin Zahnarzthelferin. Mit der Angeklagten der Frau Pieper sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Frau Busch, was ist am 3. September abends 23 Uhr passiert? Ja, also ich war ungefähr eine Viertelstunde in der Bar Cleopatra, saß an der Bar und Marco saß hinter der Theke und hat mir einen Cocktail gemixt, ein Saskia Special. Und als Dank habe ich ihm einen Kuss auf die Wange gegeben. Ja, du bist ja nur mit meinem Mann herumhaaren. Also, wissen Sie, was mich wundert? Eben kannten Sie die Dame noch überhaupt nicht und jetzt sind Sie schon mit ihr per Du. Es geht aber schnell. Sie hat mich doch schon öfter gesehen. Was ist denn dann weiter passiert? Ja, Marco ist dann ins Hinterzimmer gelaufen und wollte eine Flasche rumholen. Und plötzlich kommt diese Furie von hinten und schlägt mich nieder und ich bin bewusstlos geworden und hatte eine, ich sage die Wahrheit. Du lügst doch, Blübnerin. Frau Pieper, sind Sie jetzt einfach mal bitte still und lassen die Zeugin ausreden. Ihnen hat doch vorhin auch niemand reingequatscht. Ich bin... Sie war doch nicht hier, deswegen. Sagen Sie mal, sind Sie taub? Also, ich bin bewusstlos geworden und hatte eine Platzwunde am Hinterkopf, die genäht werden musste. Wenn ich das richtig verstehe, sind Sie von hinten niedergeschlagen worden. So haben das, glaube ich, auch bei der Polizei gesagt. Konnten Sie denn erkennen, wer sie niedergeschlagen hat? Konnten Sie die Angeklagte erkennen? Nein, ich konnte sie nicht erkennen, aber als ich wieder zu mir kam, stand sie neben mir. Ja, ich wollte dir helfen. Du wolltest mir helfen? Ja, ich wollte dich helfen. Ich wollte dich einfach nicht auf dem Boden liegen lassen. Du hast mir doch nur geholfen, weil du die Tat vertuschen wolltest. Nein, vertuschen. Was sagst du denn, du mit der Barreku? Darf ich... Moment. Frau Pieper, das ist jetzt die letzte Verwarnung. Sonst ziehe ich andere Seiten auf. Frau Busch, gerade haben Sie gesagt, du wolltest mir helfen. Dann haben Sie gesagt, du hast mir geholfen. Hat sie Ihnen denn nun tatsächlich geholfen? Ja oder nein? Als ich wieder zu mir kam, stand sie neben mir und sicher, man kann davon ausgehen, dass sie so getan hat, dass sie mir geholfen hat. Nee, ich habe mir noch geholfen. Also Frau Pieper, Frau Pieper, Sie zeigen ihr erhebliches Temperament oder schlechte Erziehung, man kann es auch so nennen. Egal. Aber ich kann mir schon recht gut vorstellen, dass Sie Ihre Nebenbuhlerin mit einem Sektkübel ausscheiden. Ja, natürlich. Sie haben es aber nicht gemacht. Gewalttätig, die Frau. Ja, gewalttätig. Wen wollen Sie jetzt fragen? Die Frau Pieper oder die Frau Busch? Lieber keinen mehr. Ja, würde auch nichts bringen, weil schlicht kein Zeuge für die Tat da ist. Und Frau Staatsanwältin, wenn man etwas beweisen will, dann ist es immer gut, wenn man Zeugen... Warum sind Sie denn so grantig zu mir? Dabei wollte ich heute so nett zu Ihnen sein. Wenn Sie mir erzählen, dass Temperament schlechte Erziehung ist... Ach, zeug ich vielleicht nicht, wir haben Beweise. Sechs Kübel sind Fingerabdrücke, das müssen selbst Sie... Herrschaften. Ja. Kann auch Temperament. Frau Busch, was mich noch interessieren würde, kennen Sie die Angeklagte? Ja, natürlich kenne ich die Angeklagte. Das ist die hysterische Frau von Marco, kann man sagen. Hysterische? Ich bin doch nicht ständig. Du hast mir schon so oft gedroht. Und das letzte Mal hast du mir am Samstag vor der Tat gedroht und da hast du zu mir gesagt, lass die Finger von Marco oder ich mach Chimikon-Kahn aus dir, das ist doch lächerlich. Was sehe ich doch jetzt? Also eben habe ich genug, Frau Pieper. Lügnerin. Frau Pieper, ich habe Sie gewarnt. Wenn Sie meinen, dass Sie hier nicht mal ansatzweise die Zeugin oder irgendjemand anderen der Prozessbeteiligten ausreden lassen müssen, dann ist das in meinen Augen auch mehr als Temperament in der Tat schlechte Erziehung. Und schlechte Erziehung hat Konsequenzen, 100 Euro Ordnungsgeld, das hat zwei Tage Ordnungshaft. Ich kann mir sagen, was ich will. Fragen noch an die Zeugin? Nein. Bleibt Sie jetzt geschädigt nach 61, Ziffer 2. Und vereidigt, nehmt bitte dort hinten Platz. Dann rufen Sie bitte mal den Ehemann Marco Pieper herein. Marco Pieper, bitte. Herr Pieper. Herr Pieper, nehmen Sie bitte auch hier vorne Platz. Herr Pieper, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen, Sie machen sich im Falle einer Falschaussage strafbar, egal ob Sie vereidigt werden oder nicht. Ja, das weiß ich. Sie heißen Marco mit Vornamen, 28 Jahre alt, verheiratet mit der Angeklagten und Sie leben in Limburg. Das ist richtig. Sie sind Barkeeper vom Beruf, ist richtig, ne? Ja, ich bin Barkeeper in der Bar Cleopatra in Limburg. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, Herr Pieper. Das heißt, Sie müssen vor Gericht nichts sagen, wenn Sie das nicht möchten. Ich möchte auch sagen. Herr Pieper, was ist am 3. September 23 Uhr in der Cleopatra Bar passiert? Nun, ich habe unserem Stammgast, der Saskia, einen Drink gemixt, bin dann hinterher ins Hinterzimmer, habe Getränke geholt und habe ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen. Ich bin dann gleich in die Bar gestürmt und habe Saskia am Boden liegend hinter der Theke gesehen. War Ihre Frau eigentlich auch da? Ich habe sie am Anfang nicht bemerkt. Sie muss gekommen sein, als ich im Hinterzimmer war. Jedenfalls hat sie neben Saskia gekniet und hat sich um sie gekümmert. Gekümmert? Sie ist auf mich losgegangen, weil sie gemerkt hat, dass du im Auge auch auf mich geholfen hast. Wie meinen Sie das? Und außerdem war sie ja schon öfter so gewalttätig. Wie meinen Sie das, Frau Busch? Ja, ich habe Marco schon öfter mit großen Kratzern im Gesicht und am Hals gesehen. Was erzählst du da? Das ist ja auch nicht wahr. Natürlich stimmt das. Und du hast mir erzählt, dass Libia dich so zurichtet, weil sie eifersüchtig ist. Herr Pieper, sagen Sie uns da einfach mal, wie sich das aus Ihrer Sicht darstellt. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrer Frau? Ja, wir haben ein super Verhältnis. Sie ist meine Ehefrau, meine Traumfrau. Das sagt jeder. Ich liebe Sie über alles. Herr Pieper, sieht es in Ihrer Ehe wirklich so rosig aus? Was wollen Sie jetzt von mir? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich sage, was ich von Ihnen will. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass wenn man hier die Unwahrheit sagt, man sich strafbar macht. Das wollte ich Ihnen nur noch mal so ans Herz legen. Vielleicht überdenken Sie noch mal Ihre Ausnahme. Ich weiß das. Wer weiß die Wahrheit? Libia hat einfach ein Problem damit, dass ich als Barkeeper in der Bar arbeite. Was? Ach, haltendlich einen Mund. Frau Pieper, wenn in diesem Gerichtssaal irgendjemand einem anderen den Mund verbietet, dann bin ich das. Und das tue ich. Und zwar Ihnen. Waren Sie bitte fort. In den ersten Monaten lief alles prima. Wir haben uns super verstanden, bis Libia anfing, mich zu kontrollieren. Sie hat mir jedes Mal eine Zähne gemacht. Wenn ein weiblicher Gast in die Bar kam, dann ist ihr Temperament mit ihr durchgegangen. Sie hat mir eine geknallt oder mir das Gesicht zerkratzt. Das gehört sich auch so. Wir erraten Männer, schauen keine andere Frauen hinterher. Selbst wenn, Frau Pieper, selbst wenn einer anderen Frau hinterher schauen würde, ist das noch lange kein Grund, ihn zu kratzen oder zu schlagen. Sie kontrolliert sogar meine Handyrechnung, belauscht Gespräche mit meinen Kumpels. Und einmal habe ich sie erwischt, wie sie meine Boxershorts nach Spämmersprung kontrolliert hat. Was sagst du? Frau Pieper, noch mal, verbieten Sie hier Ihrem Mann nicht den Mund, sonst schließt sie sie von der Verhandlung aus. Ich möchte mal wissen, wie ein brasilianisches Gericht jemals eine Hauptverhandlung zu Ende bringt, wenn es da immer so zugeht. Erzählen Sie weiter. Ich sehe sie öfters am Wohnzimmerfenster stehen, wie sie Ausschau hält nach weiblichen Gästen, nach schönen Frauen, die in die Bar strömen. Ja, was siehst du denn, Marco? Sobald du mich siehst, wie ich mich mit einer unterhalte, dann machst du mir eine Zähne. Ja, was sagst du denn, dass ich zulasse, dass du dieser Tussi da küsst und noch hinterzimpfen erst? Also, Frau Pieper, haben Sie die Frau Busch niedergeschlagen, verstehe ich das richtig? Ach. Mann, Frau Pieper, Sie haben doch die Tat schon beinahe zugegeben. Nun sagen Sie, wie es war, damit tun Sie sich nur einen Gefallen. Wenn Sie ja weiterleugnen, bringt Ihnen gar nichts. Ja, es war doch eine Sache, der, ich habe diesen Kuh dort geschlagen. Was? Wie solltest du mir das antonnen? Ja, doch, habe ich sie geschlagen. Ich liebe doch nur dich, Livia. Ja, du sollst mich auch noch lieben, ich bin eine Frau. Du sollst mich noch lieben und nicht mit dem da herumwachen. Denkst du nicht, dass ich das nicht gesehen habe? Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Es ist doch nur ein Gast. Ja, was, ich bin doch nicht alforsichtig. Ich war da ein Gast. Oh nein, überhaupt nicht. Du hast doch nur mit dir geführt, das die ganze Zeit, das habe ich gesehen. In den Laden gehe ich nie wieder. Sie haben noch Fragen an den Herrn Pieper. Nee, für mich ist alles klar. Von Ihrer Seite, Herr Verteidiger, auch keine Fragen mehr. Dann bleibt das, jemand nach 61, sie wird zwar unvereidigt, nimmt bitte dort hinten Platz. Anträge zur Beweisaufnahme werden nämlich an keine mehr gestellt. Die Beweisaufnahme wird geschlossen. Ich darf Sie um Ihr Plädoyer bitten. Ja, hohes Gericht, sehr geehrter Herr Verteidiger. Die Beweisaufnahme, Frau Pieper hat den Anklagevorwurf bestätigt. Ich rate Ihnen zukünftig, Ihr Temperament zu zügeln. Sollten Sie das nicht können, halten Sie sich von Sektkübeln fern. Das Einzige, was für Sie spricht, ist das Geständnis, auch wenn es nicht ganz freiwillig war. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Tat und Schuld angemessen kann hier nur eine empfindliche Freiheitsstrafe sein. Ihr Glück, dass man schlechtes Benehmen hier nicht bestraft. Da können Sie wirklich von Glück sagen. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten zu verurteilen und ihr die Kosten des Verfahrens aufzulegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsanwaltin. Alexander Gebauer. Herr Vorsitzender, Frau Staatsanwältin, das Tatopfer ist Stammgast in einer Bar. Als Stammgast, als alleinstehende Frau in einer Bar sollte man wissen, dass man den Barkeeper nicht küsst, schon erst recht dann nicht, wenn seine Ehefrau zugegen ist oder wenn man damit rechnen muss, dass seine Ehefrau zugegen ist. Die Angeklagte ist, wie wir hier schön sehen konnten und auch gelernt haben im Laufe der Hauptverhandlung, dass sie ein bisschen unbefangen ist in ihrer Art und Jung verheiratet ihren Ehemann und ihre Ehe meinte, schützen zu müssen. Ich bitte, das strafmildernd zu berücksichtigen. Sie hat gestanden, sie ist nicht vorbestraft. Und in Brasilien, Sie haben es ja gesagt, laufen die Dinge manchmal etwas anders. Ich bitte um eine milde Strafe im Rahmen dessen, was der Bundesgerichtshof innerhalb der Spielraumtheorie zulässt. Vielen Dank, Frau Pieper, Sie haben das letzte Wort. Gut, dann unterbreche ich, setze anschließend zur Urteilsverkündung fort. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung kostenpflichtig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt, wenn Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Bitte nehmen Sie Platz. Zur Urteilsbegründung. Es ist ja hinreichend bekannt, Frau Pieper, dass Latinas sehr temperamentvoll sind. Aber sie sind nicht nur sehr temperamentvoll, sie sind in meinen Augen fast krankhaft eifersüchtig. Ihr Mann hat halt nun mal einen Job, in dem er in engen Kontakt mit Menschen und natürlich auch mit anderen Frauen kommt. Wenn Sie damit nicht fertig werden können, entweder Sie müssen damit leben oder Ihr Mann muss seinen Job wechseln. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und Ihre Geschichte, dass das Opfer da von Anfang an in den Sektkübel gelaufen sein soll, das war ja Hanebüchen. Und dieses späte Geständnis, ich sehe da überhaupt keine Veranlassung, da ist sonderlich strafmildernd, das einzustufen. Im Übrigen hätte ich ganz gerne ein Wort des Bedauerns gegenüber dem Opfer gehabt, die immerhin genäht werden musste, eine Platzwunde hat. Nichts ist gekommen. Und deshalb bin ich auch über dem Strafantrag der Frau Staatsanwältin hier geblieben. Bewährung, ja, weil Sie bislang nicht vorbestraft sind. Und Bewährungszeit, drei Jahre, das heißt, Sie dürfen in den nächsten drei Jahren sich nichts zu schulden kommen lassen. Ich hoffe, dass Ihnen das bei Ihrem Temperament gelingt. Wenn nicht, dann wird die Bewährung widerrufen und Sie müssen die zehn Monate in Haft verbringen. Gegen dieses Urteil ist Berufung oder Revision innerhalb von einer Woche ab heute möglich. Der Herr Gebauer wird Sie gerne beraten. Ich schließe die Sitzung. Die Lehrerin Elisabeth Feldmayer soll ihre verwahrloste Nachbarin Hella Borgo brutal in ein Lagerfeuer gestoßen haben. Hella Borgo entkam nur knapp dem Tod und wird für den Rest ihres Lebens entstellt bleiben. Elisabeth Feldmayer bestreitet diese Tat. Was geschah wirklich? Ich nehme Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Feldmayer, wir verhandeln in der heutigen Sitzung vor dem Schiffengericht Ihr Strafverfahren wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wird in der heutigen Sitzung durch Frau Witscher-Kuckl-Häuser vertreten. Und Herr Rechtsanwalt Gebauer hat ihre Verteidigung übernommen. Bitte setzen Sie sich zunächst mal in die Mitte. Ihr Vorname, Frau Feldmayer, ist Elisabeth. Sie sind am 10. Februar 1971 in Aachen geboren. Sie sind verheiratet, haben eine Tochter, leben mit ihrer Familie in Köln. Ja, das ist richtig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Deutschlehrerin an einem Gymnasium. Wie hoch sind denn Ihre monatlichen Nettobezüge? Ich komme auf ca. 2.500 Euro Netto. Vorstrafen haben wir ja keine, keine Eintragung. Sind noch Fragen zur Person? Keine mehr. Dann darf ich Sie um die Verlesung der Anträge bitten. Der Angeklagten Elisabeth Feldmayer wird Folgendes zur Last gelegt. Die Angeklagte wohnt mit ihrer Familie in Köln. Im Nachbarhaus wohnt das Opfer Hella Borgo mit ihrer Familie. Am Nachmittag des 6. September 2003 befand sich die Angeklagte gegen 14 Uhr in ihrem Garten. Zur gleichen Zeit war Frau Borgo in ihrem direkt angrenzenden Garten damit beschäftigt, an einer Feuerstelle Koteletts zu grillen. Da sich die Angeklagte durch den Grillgeruch und die angeblich sehr aggressiven und gemeingefährlichen Kinder ihrer Nachbarin gestört fühlte, kam es am Gartenzaun, wie bereits des Öfteren, zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Als Frau Borgo der Angeklagten den Rücken zukehrte und sich dem Grillfleisch zuwendete, kletterte die wütende Angeklagte über den Gartenzaun und gab Frau Borgo von hinten einen so heftigen Stoß, dass sie in die Feuerstelle stürzte. Frau Borgo erlitt bei dem Sturz in die glühenden Kohlenverbrennung 2. und 3. Grades im Brust- und Oberbauchbereich sowie an der linken Gesichtshälfe und an der linken Seite des Halses. Aufgrund der zahlreichen Narben wird sie dauerhaft in erheblicher Weise entstellt sein. Die Angeklagte wird somit der schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 226 Absatz 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Frau Feldmayer, als Angeklagte vor Gericht steht es Ihnen frei, ob Sie Erklärungen abgeben wollen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Ihrem Verteidiger besprochen haben, ob Sie etwas sagen wollen. Ja, ich werde auch sagen. Gut, ja, was sagen Sie denn zu den Vorwürfen der Frau Staatsanwältin? Das ist völlig absurd. Ich habe Frau Borgo nicht ins Feuer gestoßen. Ich habe das Grundstück nicht mal betreten. Und ich werde es auch in Zukunft nicht tun. Schüllen Sie uns doch mal, was an diesem 6. September, 14 Uhr passiert ist. Was haben Sie da gemacht? Also, bei dem schönen Wetter war ich draußen im Garten, habe Unkraut gejätet. Und mein Mann Rudolf hat die Hecke geschnitten. Unsere Tochter Annalena war in ihrem Zimmer und hat gedöst. Das ist sie, unsere Tochter. Unser ganzer Stolz. Sie hat sich zu Hause mal so wohl gefühlt. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie Borgesohn zogen, war unsere Straße eine Top-Adresse. Ja, was hat das jetzt mit meiner Frage zu tun? Also, wissen Sie, die Borgos, die machen jeden Tag ein Holzkohlefeuer im Garten. Und das nicht an einem Grill, nein. Der ganze Rauch zog schon zu uns rüber. Haben Sie mit der Frau Borgo, Ihrer Nachbarin, über dieses Problem gesprochen? Ja, natürlich. Ich habe sie am Gartenzaun angesprochen und gebeten, dass sie das Feuer bitte ausmachen möchte. Ich habe ihr erklärt, dass unsere Kleidung schon riecht, der Rauch ins Haus zieht und sogar unsere schönen Gardinen haben schon nach Rauch gestunken. Ich habe sie aber höflich drum gebeten und ich habe das Grundstück nicht betreten. Wie hat denn die Frau Borgo auf Ihre Bitte, das Feuer zu löschen, reagiert? Überhaupt nicht. Sie stand da mit ihrem Tetrapax Sangria in der Hand und hat mir überhaupt nicht zugehört. War wahrscheinlich total betrunken. Sowieso völlig unterbelichtet. Fraglich, dass ich so eine Frau überhaupt Kinder erziehen darf. Also das, Frau Feldmayer, steht hier nun wahrlich nicht zur Diskussion. Also die Frau Borgo hat auf Ihre Bitte, das Feuer zu löschen, nicht reagiert. Wie haben Sie daraufhin reagiert? Was haben Sie dann gemacht? Ich habe es aufgegeben, mit dieser Frau zu sprechen. Völlig hoffnungslos, mit solchen Subjekten überhaupt zu diskutieren. Da es ja keinen Sinn hat, mit solchen Leuten zu reden, haben Sie sich gesagt, warum lange reden? Da stoße ich doch lieber zu, ne, Frau Feldmayer? Nein! Ich habe Frau Borgo nicht ins Feuer gestoßen. Ich bin zurück zum Haus gegangen und als ich dann auf der Terrasse stand, hörte ich an Schreien. Ich sah rüber in den Garten und da sah ich schon Frau Borgo, ausgestreckt auf dem Holzkohlefeuer liegen. Gott sei Dank ist Ihr Mann gekommen, hat ihr geholfen. Aber ich habe damit wirklich nichts zu tun. Das heißt, Sie waren auf Ihrer Terrasse und gar nicht in der Nähe des Gartenzauns, als Frau Borgo in die glühenden Kohlen gefallen ist? Nein! Ich stand auf der Terrasse. Als ich mit ihr gesprochen hatte und am Gartenzaun stand, da hatte sie ein Tetra Pak Sangria in der Hand. Das Zeug hat sie sich sowieso reingeschüttet wie Wasser. Und wahrscheinlich ist sie dann auf ihren hohen Schuhen umgeknickt und ins Feuer gefallen. Ich habe damit aber nichts zu tun. Liebe Frau Feldmayer, die Eheleute Borgo sagen aber beide ganz übereinstimmend, dass sie die Frau Borgo in die Kohlen gestoßen haben. Die wollen sich doch nur an mir rächen. Des Öfteren habe ich schon beim Ordnungsamt angerufen und mich über diese Holzkohlefeuerstelle beschwert. Und auch das Jugendamt habe ich schon des Öfteren darüber informiert, über die Erziehungsmethoden, oder besser gesagt, die nicht vorhandenen Erziehungsmethoden der Borgos. Das haben die sich doch alles nur ausgedacht. Ich sah sozialen. Jetzt halten Sie sich mal ein bisschen zurück, Frau Feldmayer. Ich meine, dass Ihr nachbarschaftliches Verhältnis nicht das Beste ist, das haben wir mitbekommen, aber das rechtfertigt nicht, dass Sie die Familie Borgo hier so bezeichnen. Ich habe damit aber nichts zu tun. Wir wollen nur Schmerzensgeld rausziehen. Sind noch Fragen an die Angeklagten? Nein, keine Fragen. Nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger wieder Platz. Frau Feldmayer wird reden in die Beweisaufnahme ein, rufen Hella Borgo als erster Zeugin heran. Hella Borgo, bitte. Hella Borgo. Frau Borgo, bitte nehmen Sie Platz. Guten Tag. Sie sind Zeugin im heutigen Verfahren, sollen uns bei der Wahrheitsfindung helfen, deshalb müssen Sie auch die Wahrheit sagen. Sie würden sich strafbar machen, wenn Sie etwas Falsches aussagen. Ja. Sie heißen Hella Borgo, 30 Jahre alt, sind verheiratet, leben in Köln. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau und Mutter von sieben Kindern und da bin ich auch richtig stolz drauf. Sie sind mit der Frau Feldmayer weder verwandt noch verschwägert? Um Gottes Willen, nein. Sie kennen sie aber. Ja, die Frau von Feldmayer ist unsere Nachbarin. Aber wir haben mit der absolut nichts zu schaffen. Die grüßt uns nicht mal. Frau Borgo, was ist denn am 6. September um 14 Uhr, frühe Nachmittag, auf Ihrem Grundstück passiert? Ja, Herr Richter, da habe ich richtig Angst gehabt. Ich habe gedacht, die dreht jetzt komplett durch. Die hat, ich habe gedacht, die will mich umbringen. Die hat reagiert wie eine Furie. Die ist an den Zaun gekommen und hat sich über Grillgeruch beschwert. Und ich habe also wirklich gedacht, die bringt dich gleich um. Weil ich habe also da gestanden und habe Koteletts gegrillt für meine Kinder, die Mandy und die Jacqueline. Weil die kriegen wir immer von der Tafel. Die waren zwar schon einen Tag über dem Verfallsdatum, aber das stört uns nicht weiter. Hauptsache, wir kriegen was Ordentliches zwischen die Kienen. Ja, das mag ja sehr interessant sein, Frau Borgo, aber jetzt erzählen Sie mal bitte weiter, was an dem Tag passiert ist. Ja, gut. Also, sie kam an den Zaun, beschwerte sich über den Grillgeruch. Ich habe nur gedacht, oh, da hörst du jetzt nicht mehr hin. Ständig meckert die dich nur an, kommt rüber, beschwert sich. Ich habe mich einfach umgedreht, habe gesagt, davon lässt du dich nicht provizieren. Und dann hat sie auch noch meine Kinder beleidigt, hat gesagt, die wären gemeingefährlich und aggressiv. Sie sind doch gar nicht in der Lage, sich um ihre sieben Kinder zu kümmern. Warum haben Sie denn nicht verhütet? Ja, weil ich die Pille nicht vertrage. Ach. Es gibt auch Kondome. Ja, aber mein Mann, der Hasso, der hat eine Latexallergie. Frau Feldmayer, ich möchte jetzt hier auch keine Grundsatzdiskussion über Familienplanung vom Zaun überbrechen. Da steht Ihnen im Üben überhaupt nicht zu, zu beurteilen, wie viel oder welche Kinder sie haben will. Frau Borgo, was ist denn weiter passiert? Hat Ihnen jemand geholfen? Ja, ich habe erst mit dem Rücken zum Zaun gestanden und dann hat die irgendwas gemurmelt. Dann ist sie über den Zaun gestiegen, hat mich in die Kohlen, ins Feuer geschubst. Das habe ich nicht. Nein. Natürlich haben Sie das. Das habe ich nicht. Gut, und als Sie dann im Feuer lagen, wie ging es dann weiter? Ja, ich habe Glück gehabt, dass mein Mann Hasso im Haus war. Der hat mich dann sofort rausgezogen. Ich musste wochenlang im Krankenhaus liegen. Und diese Schmerzen, die waren kaum auszuhalten. Das war eine richtig ernste Sache. Da können Sie auch meinen Doktor nachfragen. Und meine Kinder, die haben mich die ganze Zeit riesig vermisst. Das haben wir ja auch gemacht, den Doktor befragt. Ich verlese im allseitigen Einverständnisgutachten der Klinik vom 20.09.2030. Sie sind damals mit Verbrennung, 2. und 3. Grades akuten Schock in die Notaufnahme eingeliefert worden. 20% der Körperfläche waren davon betroffen. Linke Körperhälfte, Brust, Oberbauchbereich, sowie Gesicht und Hals. Zur Behandlung wurde Ihnen eine Beruhigungsspritze verabreicht. Sie sind dann fachärztlich versorgt worden. Und immerhin war eine intensivmedizinische Betreuung zur Vermeidung von Infektionen bis zum 18.09. erforderlich. Und Sie werden auch dauerhaft Narben davon tragen. Wie geht es Ihnen jetzt? Na ja, gucken Sie sich mein Gesicht an. Schön ist das wirklich nicht. Ich musste die Narben täglich mit einer Spezialsalbe einreiben. Jetzt ist das mit den Schmerzen ein bisschen besser geworden. Aber, wie gesagt, so muss ich jetzt rumrennen. Gut, wie ist denn das Verhältnis zu Ihrer Nachbarin sonst, Frau Bago? Ach, Verhältnis. Wir haben überhaupt kein Verhältnis. Die grüßt uns nicht. Ich weiß nicht, was die Frau gegen uns hat. Meine Kinder sind die reinsten Goldstücke. Ach, Sie kümmern sich doch überhaupt nicht um Ihre Kinder. Sie lassen Sie total verwahrlosen. Die kümmern sich schon selbst. Da habe ich vollstes Vertrauen zu. Das sieht man. Die laufen rum wie Asoziale. Haben kaputte Zähne, tragen Lumpen. Und ein Benehm haben die, wie Neandertaler. Frau Feldmayer, es reicht jetzt. Ist aber so. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Keine Fragen. Herr Richter, ich hätte da noch eine Frage. Ist das jetzt hier das Gericht, wo ich das Geld bekomme, wegen der Schmerzen? Das ist zwar dieses Gericht, aber es ist ein anderes Verfahren, ein zivilprozessuales Verfahren. Wir sind hier im Strafprozess. Da kriegen Sie mit Sicherheit noch eine Ladung, wenn Sie da Ihre Ansprüche geltend gemacht haben zu einem anderen Termin. Bleibt Sie als Geschädigte nach 61, Ziffer 2 unvereidigt. Nimm bitte dort hinten Platz. Dann rufen Sie bitte den Herrn Hassoborgo herein. Hassoborgo, bitte. Herr Borgo, nehmen Sie Platz. Schönen guten Tag. Ja, Sie sind ja offensichtlich ein höflicher Mensch. Können Sie mir gerade die Mütze abnehmen. Ich glaube, das ist auch ein Gebot der Höflichkeit. Ja, das ist auch ein Gebot der Höflichkeit, ne? Jawohl. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Selbstverständlich. Sie würden sich strafbar machen im Fall einer Falschaussage, egal ob Sie vereidigt werden oder nicht. So, Ihr Vorname ist Hasso, Sie sind 31 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Köln. Ja, das ist alles richtig. Was machen Sie beruflich? Ich bin zurzeit arbeitslos. Und mit der angeklagten Frau Feldmayer nicht verband und nicht verschwägert. Nee, das reicht auch, Herr Borgo. Sie haben bei der Polizei ausgesagt, ich halte Ihnen mal vor, Blatt 4. Akte, dass Sie die Geschichte am 6. September nachmittags, die sich da zugetragen hat, auf Ihrem Grundstück beobachtet haben. Was haben Sie da gesehen? Ist das richtig? Stimmt das? Das war eigentlich ein wunderschöner Samstag. Das Wetter hat mitgespielt. Die Hella hat im Garten das Feuer angeschmissen und die Koteletts draufgelegt. Und ich war in der Küche und habe dem Kevin eine Stulle mit Margarine und Schokostreuseln geschmiert. Der Kevin mag ja keine Koteletts. Herr Borgo, jetzt kommen Sie bitte mal auf den Punkt. Ja, natürlich. Ich habe plötzlich einen ganz schlimmen Schrei aus dem Garten gehört. Ich habe aus dem Fenster geguckt, um zu sehen, was denn da passiert ist. Und da habe ich die Frau Feldmayer aus unserem Garten reinen sehen. Die Hella lag in den glühenden Kohlen. Ich bin sofort rausgelaufen, um der Hella zu helfen. Die Frau Feldmayer ist eine ganz gemeine Person. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Nachbarin? Nicht besonders. Die Frau Feldmayer, die ist doch nur neidisch. Dabei verstehe ich das gar nicht. Wir haben ein Haus von der Stadt. Und so doll ist das gar nicht. Wir haben Schimmel im Bad und im Keller. Es gibt überhaupt keinen Grund, neidisch zu sein. Sie bekommen ein Haus von der Stadt und beschweren sich auch noch? Gehen Sie doch arbeiten und kaufen, dann können Sie sich selber was kaufen. Das würde ich ja gerne. Aber ich bin doch nicht vermittelbar. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ja, dann soll Ihre Frau arbeiten gehen. Frau Feldmayer, wie Sie auf die Idee kommen, dass eine Mutter von sechs Kindern oder sieben Kindern, wie viel das sind, arbeiten geht. Er ist doch zu Hause. Sie sind völlig lebensfremd. Jetzt seien Sie mit der Stille, wenn ich den Zeugen befrage. Es ist ja zu erkennen, Herr Borgo, dass Sie mit Ihrer Nachbarin keine sonderlich gute Beziehung haben. War das denn immer schon so? Also wissen Sie, die Frau Feldmayer grüßt uns ja noch nicht einmal. Das habe ich zu Hause anders gelernt. Das gebe ich auch so an meine Kinder weiter. Das habe ich gesehen letztes Wochenende, als Sie Ihre Kinder allein zu Hause gelassen haben. Das ganze Haus haben die auf den Kopf gestellt. Ja, ja, die Mandy sollte auf die Kleinen aufpassen. Nur da ist die einfach auf dem Mofa mit Freunden weggefahren. Da kann ich doch nichts dafür. Unverantwortlich. Herr Borgo, vielleicht können Sie für was anderes, haben Sie sich mal Gedanken gemacht oder erkundigt, wie viel Schmerzensgeld Ihre Frau wahrscheinlich wegen dieser ganzen Geschichte kassieren wird? Nein, das weiß ich nicht. Aber das wird schon ein hübsches Sümmchen sein. Herr Borgo, unter bestimmten Voraussetzungen hat Ihre Gattin einen Anspruch auf Schmerzensgeld, ne? Nochmal, so noch dazu gesagt. Nochmal, Herr Borgo, sind Sie sich ganz sicher, dass es die Angeklagte war, die kurz nach der Tat aus Ihrem Garten weggerannt ist? Ja, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nein. Herr Borgo, waren Sie, als das passiert ist, nüchtern? Ja, was heißt nüchtern? Ich hatte schon einige Kölsch gekippt, aber ich war nicht blau, wenn Sie das meinen. Ich habe die Frau Feldmayer 100% erkannt. Das kann ich beschwören. Dafür hat es noch gereicht, ja. Ich muss er schwören, oder können wir ihn als E-Mann der Schillig nach 61, 2, 2 unvereidigt lassen? Bitte nehmen Sie dort hinten Platz. Dann rufen Sie bitte den Herrn Rudolf Feldmayer herein. Rudolf Feldmayer, bitte. Bitte, Herr Feldmayer, nehmen Sie vorne Platz. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen, man macht sich strafbar im Falle einer Falschaussage. Ja, natürlich. Unabhängig von der Frage, ob Sie vereidigt werden oder nicht. Ihr Vorname ist Rudolf, Sie sind 37 Jahre alt, verheiratet und wohnen auf den Köln. Ja, das ist richtig. Machen Sie beruflich? Ich bin Englischlehrer an einem Gymnasium. Als Ehemann der Angeklagten, Herr Feldmayer, haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, das bedeutet, dass Sie nichts sagen müssen vor Gericht, wenn Sie das nicht möchten. Ja, aber ich möchte aussagen. Sie waren am 6. September nachmittags, 14 Uhr, in Ihrem Garten. Was haben Sie denn von der ganzen Geschichte mitbekommen? Also meine Frau, die hat nichts gemacht. Das ist doch alles der Fantasie von diesen kranken Menschen da entsprungen. Meine Frau, die hat nur mit der Frau Borgo gesprochen. Also, Herr Feldmayer, vielleicht soll ich das mal klar machen. Ich habe Sie nicht nach einer Einschätzung der Beweislage gefragt, wem welche Fantasie entsprungen ist oder was auch immer. Das kann ich sehr gut selbst oder wir können das sehr gut selbst. Ich will wissen, was Sie gesehen haben. Ja, Entschuldigung. Also, es war so, ich habe die Hecke geschnitten, ja, in unserem Garten, an der von den Borgos abgewandten Seite. Und meine Frau, die Elisabeth, die hat sich mal wieder beschwert über das Grillfeuer bei den Borgos und hat sie gebeten, das Feuer auszumachen. Aber das hilft ja nichts, das kann man ja sowieso vergessen. Ja, die merken ja gar nicht, wie sie uns belästigen. Ja, jetzt bleiben wir mal bei diesem Tattag und diesem Geschehen. Sie sagten eben, Ihre Frau hätte mit der Frau Borgo gesprochen. Hat sie dabei deren Grundstück betreten? Nein, also meine Frau, die war in unserem Garten und stand am Zaun. Ja, und hat es mit Worten versucht. Ja, aber die Frau Borgo, die hat sie natürlich ignoriert. Das hat ja keinen Zweck. Ja, und dann ist meine Frau, die ist dann resigniert aufgestanden und wollte zurück ins Haus gehen. Ja, und dann, als sie gerade da auf der Terrasse stand, dann habe ich den Schrei aus der Nachbarschaft gehört. Das heißt, als Sie diesen Schrei gehört haben, war Ihre Frau nicht in der Nähe des Zauns oder des Grundstücks von Borgos? Nein, also meine Frau, die war auf der Terrasse. Ja, und sie hatte eine Kaffeekanne in der Hand und wollte damit gerade in die Küche gehen. Wie ist das Verhältnis zu der Familie Borgo? Na ja, Asoziale sind es doch, das sieht man doch. Das Haus ist doch schon total heruntergekommen. Und die Kinder, die pinkeln in den Garten. Der Müll, der liegt auch im Garten rum, der wird ja gestapelt. Und da lungern auch noch dauernd irgendwelche Typen da rum. Da getraut man sich doch nicht mal zu klingeln, um mit denen ein paar Worte zu sprechen. Sie sind herzlich willkommen. Unser Haus steht jedermann offen. Wissen Sie, die Kinder von diesen Borgos, die wollten unsere Annalena umbringen. Im Swimmingpool, da haben sie dir unter Wasser getaucht. Rudolf, sei ruhig. Das stimmt nicht. Wir haben nur gespielt. Und was Sie sonst noch so erzählt haben, das stimmt auch nicht. Ich habe nämlich alles gesehen. Wer bist du denn bitte? Ich bin die Jacqueline Borgo und ich habe alles ganz genau gesehen. Du hast alles ganz genau gesehen. Was an dem Tag da passiert ist? Na, dann sollten wir sie vielleicht mal hören. Sind noch Fragen an den Herrn Feldmayer? Keine Fragen mehr. Keine mehr. Dann bleibt als Ehemann unfallig nach 61, Ziffer 2. Nimm bitte dort hinten Platz. Komm doch mal nach vorne. So, setze dich bitte mal hin, Jacqueline. Wie alt bist du? Ich bin 13. 13, gut. Mit 13 ist man noch nicht strafmündig. Das bedeutet aber nicht, dass man hier vor Gericht nicht auch die Wahrheit sagen muss. Na, ich lüge nie, Herr Richter. Das ist schön. Gut. Du heißt Jacqueline, hast du ja schon gesagt. Gehst du noch zur Schule? Ja, ich gehe in die 5. Klasse und wohne bei Mama und Papa. In Köln. Mit den Nachbarn bist du ja wohl nicht verwandt oder verschwägert, ne? Nee. Gut. Dann erzähl uns doch mal, was du an diesem Samstag gegen 14 Uhr beobachtet hast. Du hast ja eben gesagt, du hättest alles gesehen. Ja, also die Mandy, meine Schwester, die Annalena von Leben an und ich, wir sind um die Wette geschwommen. Ja, die Annalena hat uns zu sich nämlich in den Pool eingeladen. Du meinst den Pool von der Familie Feldmayer? Genau. Das war auch sehr schön, aber die Annalena, die hat immer verloren. Und dann ist sie plötzlich weggerannt und dann hat sie gerufen, das werdet ihr mir noch büßen. Aha. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe die Annalena wirklich nicht unter Wasser gedrückt. Wir sind nur um die Wette geschwommen, wirklich. Aber die Annalena war halt nur voll sauer, weil sie nicht gewonnen hat. Und dann ist sie heulend weggerannt und hat dann ihrer Mutti gerufen. Ja, die Mandy und ich, wir sind dann nach Hause gegangen. Hast du denn mitbekommen, was in eurem Garten dann passiert ist anschließend? Ja, die Mandy und ich, wir haben uns gerade in unserem Zimmer umgezogen und da habe ich zufällig durchs Fenster beobachtet, wie die Frau meine Mutti ins Feuer gestoßen hat. Stimmt nicht. Und dann ist sie weggerannt. Sag mal, Jacqueline, warum erzählst du uns das alles hier heute und warum hast du das nicht schon längst der Polizei erzählt? Ja, die Mama hat immer gesagt, dass man vorsichtig sein muss, was meine Polizei erzählt. Naja, du darfst nicht alles glauben, was die Mama sagt. Es ist nicht so ganz einfach, das als Kind oder Jugendlicher zu unterscheiden, aber der Polizei kannst du schon alles erzählen. Noch Fragen über mich an die Zeugin? Keine mehr, dann bleibt sie unverägt nach 61 unter 16 Jahre. Bist du einverstanden mit, da draußen war das für den Rest der Verhandlung? Ja, Herr Bachmann kümmert sich um dich. Okay, danke dir. Frau Feldmayer, da scheint Ihnen ja der Kragen geplatzt zu sein, ne? Vor lauter Sorge um Ihre Tochter. Ach, so ein Kinderkram, da raste ich doch nie aus. Frau Feldmayer, Sie waren die ganze Verhandlung über, haben Sie ziemlich einen Lauten gemacht. Die Vorgeschichte, die uns hier gerade geschildert wurde, die haben Sie uns ganz verschwiegen. Frau Feldmayer, Sie hatten ein Motiv und das war Rache. Sie wollten sich an der Frau Borgo rächen und weil die Ihnen so gar nicht zuhören wollte, Ihren Anschuldigungen gar nicht lauschen wollte, sondern sich vielmehr mit Ihren Koteletts beschäftigte, da haben Sie dann einfach die Nerven verloren und sind ins Feuer geschubst. Nein, ich habe es nicht getan. Frau Feldmayer, ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Wenn Sie ihr weiter die Tat leugnen, dann kann ich beantragen, dass Ihre Tochter gehört wird. Wollen Sie das wirklich? Nein, nein. Lassen Sie meine Annalena da raus. Stimmt ja. Annalena hat mir erzählt, die Borgo-Kinder wollten Sie unter Wasser drücken. Ich habe aber nicht gewusst, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Ich war total sauer und bin dann zum Gartenzaun und wollte mit Frau Borgo sprechen und die hat mir überhaupt nicht zugehört. Die hat mich nicht mal angeguckt, hat mir den Rücken zugedreht, um sich weiter um Ihre Koteletts zu kümmern. Die waren ihr ja viel wichtiger als meine Annalena. Ja, und dann bin ich ausgerastet. Ich bin in das Gartentor und habe sie gestoßen und dann ist sie ins Feuer gefahren. Fragen noch? Nein. Einträge zur Beweisaufnahme? Wir hätten keine mehr gestellt. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Ja, allerdings Fragen hatte ich wie gesagt wirklich keine mehr. Aber Herr Feldmayer, da haben Sie uns aber eben die Unwahrheit gesagt. Das nennt man eine Falschaussage. Freiheitsstrafe mindestens drei Monate. Werde ich natürlich gegen Sie in Ermittlungsverfahren in die Wege leiten, Herr Feldmayer. Ich plädoye bitte. Hohes Gericht, sehr geehrter Verteidiger, meine Damen und Herren. Die Beweisaufnahme hat den Anklagevorwurf bestätigt, Frau Feldmayer. In gewisser Weise kann ich Ihren Unmut über die Familie Borgo verstehen. Aber wirklich nur in gewisser Weise. Sie führen ein gänzlich anderes Leben als die Familie Borgo. Also Toleranz als Lehrer sollten Sie eigentlich kennen. Auch Respekt. Allerdings gilt das auch für Sie. Verstehen Sie, das ist keine einseitige Geschichte. Wenn Sie Toleranz von der Frau Feldmayer verlangen, dann gilt das auch für Sie. Dann müssen Sie das auch entgegenbringen. Ich hoffe, das merken Sie sich vielleicht ein bisschen für die Zukunft. Strafmildernd für Sie, Ihr Geständnis, das ganz zum Schluss kam. Finde ich aber gut, dass Sie das gemacht haben. Ich denke, das war auch wichtig. Strafschärfend die Verletzungen. Die sind ja nicht ganz unerheblich und werden die Frau Borgo ja ein Leben lang begleiten. Sie muss damit fertig werden. Vor diesem Hintergrund beantrage ich die Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu vorteilen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Herr Vorsitzender, Frau Staatsanwältin, meine Damen und Herren. Unter den gegebenen Umständen gibt es für die Verteidigung nichts zu rechtfertigen und auch nichts zu entschuldigen, was das betrifft, was die Angeklagte getan hat. Aber klar ist, die Angeklagte ist Lehrerin. Und die Angeklagte muss erleben, dass gerade auf ihrem Nachbargrundstück ständig eine zentrale Aufgabe ihres Lebens, nämlich die Aufgabe, Menschen, junge Menschen, Kinder ins Leben zu führen, konterkariert wird und in ihr Gegenteil verkehrt wird. Dass da Spannungen auftreten, das ist nachvollziehbar, wenn auch weder zu rechtfertigen noch nachzuvollziehen. Lehrer stehen unter einer hohen psychischen Belastung. Ihre Arbeit wird nicht anerkannt. Sogar der Vorsitzende hat heute in der Verhandlung, obwohl er sonst immer ein scharfes Auge für die angemessenen Entscheidungen hat, gesagt, Lehrer wüssten immer, dass sie zuletzt recht hätten oder lebten in der Vorstellung. Das ist bei Lehrern mitnichten so. Lehrer sind intelligente und sensible Menschen. Die Gesellschaft versagt im Falle, den wir heute zu beurteilen haben. Und die Integration der Nachbarn gelingt offenbar nicht. Dem Kind wird gesagt, es darf der Polizei nicht vertrauen. Das ist schade. Und dass sich in solchen Situationen Spannungen entladen, ist in gewisser Weise nachzuvollziehen. Insgesamt ist festzustellen, dass sich das Opfer heute so dargestellt hat, dass sie trotz der schweren Verletzungen sich ihr fröhliches Wesen erhalten hat. Ich bitte deswegen, das zu berücksichtigen und die Strafe milde ausfallen zu lassen. Vielen Dank, Herr Gebauer. Frau Feldmayr, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich wollte Sie nicht verletzen. Es tut mir wirklich leid. Dann beraten wir uns jetzt und anschließend zur Verkündung des Urteils fort. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte ist schuldig einer schweren Körperverletzung. Sie wird deswegen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Gebauer, lassen Sie mich aufgreifen, was Sie in Ihrem Plädoyer gesagt haben. Da lag offensichtlich ein Missverständnis vor. Ich habe keineswegs in Abrede gestellt, dass Lehrer intelligent und sensible Menschen sind. Gerade die Tatsache, dass jemand intelligent ist, indiziert ja oft, dass er recht haben möchte. Zum Schluss, was wir ja sehr oft in Disputen zwischen Ihnen und der Frau Bitscher-Kuckl-Häuser hier zum Besten bekommen. Das vielleicht nur, um Missverständnisse im Hinblick auf die Lehrerschaft generell zu vermeiden, falls das so angekommen sein sollte. Man hört und liest immer wieder, Frau Feldmayer, dass die soziale Diskrepanz, der soziale Neid in diesem Land hier immer stärker wird. Mich wundert das nicht sonderlich, wenn ich das hier miterlebe, wie Sie sich als Nachbarn, und das gilt für beide, hier verhalten haben. Aber es gilt halt insbesondere, Frau Feldmayer, auch für Sie als Lehrerin, als intelligente, sensible Person, hätte ich ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen, Toleranz erwartet und nicht nur Allgemeinplätze, die Sie hier zum Besten gegeben haben. Und das ist sicherlich auch der Grund, weshalb dieser Konflikt dann letztendlich hier eskaliert ist. Und auch wenn Sie von Ihrer Tochter andere Informationen hatten über das, was zwischen den Kindern da geschehen ist, rechtfertigt das natürlich in keiner Weise, das, was Sie hier gemacht haben. Sie haben sich ja auch nicht nur darüber aufgeregt, dass Ihre Tochter da getunkt worden ist beim Schwimmen, sondern Sie haben sich ja in erster Linie, das war ja auch Ihre Einlassung zu Beginn der Hauptverhandlung über dieses Feuer, aufgeregt, dass da immer auf dem Grundstück gemacht wird. Aber ich muss auch mal mit aller Deutlichkeit sagen, Herr Borgo, Frau Borgo, es gibt da genügend Rechtsprechung, wie oft man grillen darf und mit einem offenen Feuer, das ist ja noch was ganz anderes als grillen. Also tun Sie mir einen Gefallen, halten Sie sich da auch ein bisschen zurück und versuchen Sie einigermaßen, vernünftig miteinander zu leben, sonst sehen wir uns hier demnächst gleich wieder. Obwohl die Freiheitsstrafe über einem Jahr ist, oder vielleicht eins noch vorweg, ein Jahr deshalb, oder ein Jahr sechs Monate deshalb, weil die Mindeststrafe bei einem Jahr schon anfängt, bei einer schweren Körperverletzung und die Schäden, die Frau Borgo hier erleiden muss, die sind in der Tat beträchtlich. Deshalb ein Jahr sechs Monate, die ausnahmsweise, weil Sie zum Schluss Reue zeigen und es Ihnen auch leidgetan hat, zur Bewährung ausgesetzt werden können. Die Bewährungszeit wird auf drei Jahre festgesetzt. Darüber hinaus wird der Angeklagten aufgegeben, nach Kräften, die durch die Tat verursachten, Schäden wiedergutzumachen. Das bedeutet, Frau Feldmayer, dass die zivilrechtlichen Ansprüche, die die Frau Borgo ja vorhin schon angesprochen hat, also Schmerzensgeld, Schadenersatz, in dem Moment, wo Sie tituliert sind, von Ihnen nach Kräften wiedergutzumachen. Gut gemacht werden, das heißt bezahlt werden und Ihr Familieneinkommen ist nicht so schlecht. Und Sie können sicher sein, dass ich das akribisch überwachen werde. Sollten Sie dem nicht nachkommen, sollten Sie innerhalb der drei Jahre eine neue Straftat begehen, müssen Sie damit rechnen, dass die Bewährung widerrufen wird. Mehr ist von meiner Seite nicht zu sagen, außer dass Sie gegen dieses Urteil berufen oder Revision einlegen können, innerhalb von einer Woche ab heute. Ihr Verteidiger wird Sie gerne beraten. Damit schließe ich die Sitzung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 RTL